Ja, wir haben gesagt, dass wir jetzt alles aufnehmen. Ja, warum? Was hast du gesagt, du Penner? Damit wir... Du hattest vorhin in dem Spiel gesagt, wir müssten mal die Games aufnehmen, damit wir die Fehler sehen. Hab ich nie gesagt. Das hab ich echt nie gesagt. Egal, das ist eine gute Idee, wir machen es jetzt trotzdem. Aber ist auch egal. Das ist eine sehr gute Idee. Dann kann sich Draco immer vor dem Schlafen gehen und seine Fehler angucken. Will ich die dann überhaupt sehen? Schade, dann kann er nicht in Schlaf weinen. Und dann lassen wir immer alle zwei Sekunden so Schande auf dem Großbuchstaben so über dem Bildschirm drüber gehen. Schande. Schande. Er boostet irgendwann Schande. Ist mir heute aber aufgefallen. Ich hab mir das Video angeschaut von Ryke, als du vor Ravins hast. Mhm. Mit einem Punkt haben sie recht. Bist du scheiße? Ja. Ist ein bisschen verärssebar was passiert? Ich weiß zum Beispiel, wenn ich diesen Liebesweg nicht dort stehe, ich werde jetzt sterben. Das stimmt für dich. Er geht hinten in die Höhlen dann. Wieso? Ja, ich könnte auch. Äh, Kaxel, du gehst... Kaxel, genau da lang, genau da lang, oder? Ja. Er geht zurück. Ja, geht zurück, geht zurück, geht zurück. Geh runter. Oh, er ist in den Höhlen drinnen, okay. Wann da. So, ein Teilmann setzt sich auf. Ich glaub den Dom will ich hier drin setzen. Ich weiß nicht. Ist sie schon draußen? Nein, ich weiß nicht. Uh, ja, gut. Ist ganz in Ordnung. Wo wollen wir fighten? Unten oder durch und oben? Hm, ist eure Entscheidung. Ich weiß nicht. Ihr entscheidet, wo ihr fighten wollt. Kommt ihr da links? Ja, da ist ein Loop drin, okay. Oh Gott, komm rein. Oh lol, hat er mir grad in der Luft gegriffen? Boah! Da hab ich gesehen. Oh lol, nein. Fuck. Ja. Ja. Wo ist denn drin? Die ist kaputt gerade, eben weil ich den Firebrush getötet hab. Der hat jetzt auch noch nicht geändert. Das war... Von mir scheiße, die Scheiße, die Scheiße. der sich gegen seinen Charge reinge... Charge. Bin... boostet. Pfff... Ja, das war... Krieg ich ihn nochmal? Jetzt treff net. Weit weg. Da ist er. 30 Meter. Fallerweise müssen wir ihn kriegen. Bin dabei ja jetzt noch 45 Sekunden auf dem Daumen. Also würde ich sagen, schneiden wir nach oben hin. Richtung... ...den Destillerieturm. Ah. Okay, es hat hinten einen Beach. Gewerft. Ich glaub nicht, dass du auf der mitkommst. Er gretet auf dich. Hier hinten ist ne Drohne. Oh, bist du weit weg. Rost, 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 rost. Geh zur Drohne. Ja... Oh- Okay, das war jetzt scheiße Du musst sagen, wenn du angegriffen wirst Du musst sagen, wenn du attackiert wirst Weil sie Er hat dich jetzt attackiert Und dann wussten wir erst nicht, dass er dich attackiert hat Ach so, echt, der drauf geguckt hat Ich hab mitgekriegt, dass du angegriffen wirst Musst ich jump halt drauf Er hat jump halt drauf Aber nicht jeder guckt drauf Nein, 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 nein Ich sag ja nicht, dass es von euch scheiße war Nein, 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 nein Blöd von mir, ganz einfach Nur fürs nächste Mal einfach Bescheid sagen Damit jeder weiß, dass du einfach attackiert wirst Damit auch jeder reagieren kann So, bin Bis hinten, da in der Hölle Machst du den Ausgang zu? Bin hier er ist auf der rechten seite glaube ich komm zu mir sobald du ihn domst oder sobald er aus der höhle rauskommen kannst du ihn domen du hattest ihn wahrscheinlich hier dom kommst du hier rüber ja ich weiß du solltest eigentlich von der drohne weg so hab den dom wie die pros die nieder sitzen halt da drin ist gut weißt du der ist dahinter ist mir jetzt aber egal ok er drinnen kämpft nicht gut ist nicht gut oder ist gut was zuerst passiert joda hat seine hexe angemacht zu spät war der bus noch geholt hat aber der bus war trotzdem viel zu spät ich hab die ganze zeit den bus auf ihn draufgebracht pass auf jetzt kann ich mich boosten wenn willst nach was hattest du gesagt der war scheiße oder wer gut ist die position ich würde sehr die dom fand ich jetzt scheiße das ist aber eigentlich die position wo die pros dann nach der höhe ist mitten in der höhle drinnen kannst du nicht hoch kannst du fast kein platz was machen heißt nicht dass es gut ist ja doch es muss eine stelle geben in der höhle wo man zu machen kann und das ist die stelle also ich also ich bin direkt da also ich kann ja nicht erklären wie sie es tun wenn ich es wüsste wie sie es tun dann hätte ich euch das gesagt aber ich weiß nur dass sie diesen dom setzen und keinen anderen dom kriegst du dahin der ordentlich ist die pros gehen auch kacken ja heißt das dass du nicht kacken kannst vielleicht nicht so viele pros ähm ja würdest du sagen oder ach ja der ist treu ist ja auch in ordnung aber sagt mir noch einen dom den man ordentlich sitzen kann in der höhle gar nicht in der höhle ja du kannst aber keinen gar nicht in der höhle setzen aber du musst halt warte bis er rauskommt ich hab noch nie in der höhle gefangen die höhle war immer für mich ein no go das war schon immer ein no go ganz ehrlich jetzt doch mal eine drohne wo ist hier eine drohne die drohne ist da drüben da weiß ich also ja egal also tief in den hüllen ist ein no go ja aber eigentlich ist diese eine stelle weil sie halb aus den hüllen halb in den hüllen ist aber sonst ja ich weiß was du meinst normalerweise tue mich auch nicht gerne in den hüllen ich bin ich jetzt bin so ein vollidiot was 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 ist meine drohne kaputt warte ist meine drohne kaputt okay ja die sofort nachdem du sie gesetzt hast kaputt hast ja das wusste ich nicht ja das war trotzdem auch scheiße von mir dass ich es mitten in den reingedustet bin das war einfach dumm sehr sehr mh fuck schieber ist jetzt gleich wieder da nice danke monist bezührt Pilsbahner ah wo geht jetzt mit dem hirn ja geht pfff gehen die drohne ok warum setzt du die drohne eigentlich dahin wo er kommt der geht da dran vorbei und tötet die die drohne einfach dahin dann muss er der F1 laufen ne der kommt diesmal nicht hier von ja ok gut dann habe ich gedacht wenn du die da hast dann stellst du dich dahin oder so warum ist der ping da oben ich weiß ich weiß das ist mir auch aufgefallen wenn das Freelay pingt pingst du da rauf ne ne er ist Freelay dann ist sofort da rauf das ist richtig eigenartig der soll sich entscheiden ob er dich angreift oder die drohne wenn er die drohne angreift dann setzt du da wo du bist neue drohne und rennst weg sofort schild wirst du leidst meine drohne ist schon wieder zu stehen na du bist schon wieder zu dir soweit in Luft ok ich leidst du leidst meine drohne steht ich kann nicht warum bin ich ooooh ich habe mich im gehäuse irgendwie versteckt oder so ich hab mir die drohne weg ist hm das ist gg wir haben keinen medic mehr von den nächsten zwei minuten 16 eigentlich müssten wir hinterher und den dom setzen weil wir was wollen wir denn da im dom äh was wollen wir hier jetzt am relay äh ehrenhaft stärken ja ehrenhaft klingen wahrscheinlich grad mal seine rüstung weg das ist es ja vielleicht mit dem schild etwas mehr ähm 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 eine hätte weglaufen sollen so die drohne ist schon wieder kaputt nice die drohne ist kaputt nein ja kann sich auch nichts daran ändern ähm 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 also wir kommen näher dem Ende wir schaffen es immer auf 2 Lebensbalken mittlerweile all right user joined your channel